...dem Podium aus den USA, die Kaira Schiffre. Hier kommt dieses Gelände, hier das so technisch Anspruch soll ich natürlich entgegen. Die fünffache Weltmeisterin in Slavon, die vor drei Jahren auch ihr Speedgehen entdeckt hat. Und hier zeigt, dass sie schnell unterwegs ist. Beste, erste Zwischenzeit. Best First Intermediate for Michaela Schiffre. 0.15 Seconds Gap für Michel Gysi. Sechshundertstuhl, das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Kampf zwischen Michaela Schiffre und Michel Gysi. Wir haben noch das Tor gerettet. Wie kann sie heute den Unterschied machen? Sie ist 6-10 zum Vorsprung für Michaela Schiffre. Ist das die neue Bestzeit für die US-Amerikanerin? Im Team mit der klaren neuen Messe. 2-3 zu 2-6, die Kurkoma 5-7, ihr Vorsprung. She takes the lead, Michaela Schiffre. 4-3. 1-4. Der weg ist ein Moment. Frauthers, wir haben jetzt das qui. Ich wollte es los.